Inken ist überwältigt, dass Britta ihre Tochter ist. Doch gleichzeitig kommen Verwirrung und Wut in ihr hoch. Sie will Hannelore zur Rede stellen, aber ihr versagen die Kräfte. Gunther gesteht sie ihre Angst, zu Britta vielleicht nicht mehr genug Nähe aufbauen zu können. Doch dann geht Inken zu Britta und beide freuen sich darauf, sich endlich richtig kennenzulernen. Merle rät Gunther, Patrick nicht anzuzeigen, um die Familienfäde endlich zu beenden. Aber Gunther will ihn diesmal nicht verschonen. Als Patrick Gunther das Schlosshotel in Celle anbietet, um mit der Fede abzuschließen und Jacqueline einigermaßen versorgt zu wissen, wird Gunther nachdenklich und verzichtet schließlich auf die Anzeige. Gleichzeitig hofft Patrick, dass Jacqueline noch nicht ganz mit ihm abgeschlossen hat. Helen dankt ihren Messerhelfern mit einer kleinen Feier. Als Pierre trotz seiner Rücksicht auf Sigrid doch noch vorbeikommt, wird Sigrid von ihrem Trennungsschmerz eingeholt. Helen bittet Pierre zu gehen.Besetzung und Stab.